Wir sind ein Vollblutlohnfertiger im Bereich der mechanischen Zerspannung. Bei uns gibt es geballte zweimal 30 Jahre Fräserfahrung. Unsere Kunden schätzen an uns unsere absolute Liefertreue, Präzision. Das ist unser Anspruch im Prinzip mit das Beste zu haben, mit das Beste zu bieten. Man kann sich ja vorstellen, wenn ich jetzt schon 30 Jahre an der Fräsmaschine stehe, dass da einige Materialien bzw. viele Branchen durchgearbeitet habe, wie Medizintechnik, Maschinenbau, Hoch- und Tiefbau, Wehrtechnik, Dental, Implantate, Automobil, Rennsport. Seit halbem Jahr haben wir uns ja die große Fräsmaschine zugelegt. Da können wir Werkstückgröße von 1,50 Meter in Kubik und bis zu drei Tonnen bearbeiten. Unsere Be- und Entlüftung ist so ausgelegt, dass wir von Montag bis Sonntag 24 Stunden alle Temperaturen halten und dementsprechend können wir unsere Präzision halten. Digitale Softwarelösung ist bei uns ein sehr hoher Stellenwert. Machen wir im Prinzip schon seit 1997. Zu dem damaligen Zeitpunkt war das im Prinzip so in der Einführphase. Heute, nach 30 Jahren, haben wir zwei vollwertige CAD-CAM-Systeme. Das ist einmal das MasterCAM-Hyper-Mill. Wir haben Maschinen-Post-Simulationen, also in der absoluten End-Aus-Baustufe. Wir können von uns mit Sicherheit jetzt behaupten, dass man bei sehr hohen Präzisionslevel fertig ist, im Prinzip auch Know-How anbietet, Beratung anbietet. Nach 30 Jahren sind wir auch im Prinzip Systemlieferant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017